Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge meines Podcasts, eigentlich im Gespräch, heute aber tatsächlich im Gespräch mit mir selber, zu dem wichtigen Thema, was auch sonst, Corona. Und ich habe wirklich lange überlegt, soll ich überhaupt zu diesem Thema selber eine Podcast-Folge aufnehmen? Wir haben ja vermutlich alle mittlerweile einen derartigen Corona-Overkill. Ist das überhaupt nötig? Interessiert die Leute das überhaupt, was ich dazu zu sagen habe? Und tatsächlich bin ich aber von ganz vielen Klienten und Bekannten gefragt worden, sag mal, Kirsten, du als Coach, du kannst doch damit wahrscheinlich ganz gut umgehen. Wie machst du das denn? Du hast doch so viele mentale Tools, die dir vielleicht helfen, damit klarzukommen. Und insofern habe ich gemerkt, doch, offensichtlich interessiert es ein paar Leute, was ich dazu zu sagen habe. Und deshalb habe ich mich entschlossen, diese Folge für euch aufzunehmen. Ja, Corona. Ich glaube, kein anderes Wort wird so oft gebraucht, jetzt seit Wochen, wie diese Diagnose oder dieser technische Ausdruck. Wobei, so technisch ist es ja gar nicht. Auf jeden Fall ist es ein Schlagwort, was uns unglaublich beeinflusst im Moment. Nicht nur im täglichen Leben, sondern sicherlich auch mental. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns damit natürlich immer beschäftigen, dass wir aber natürlich auch nicht in Panik verfallen sollten. Und das ist tatsächlich manchmal leichter gesagt als getan. Wir sind aktuell in einer absoluten VUCA-Situation. VUCA, V-U-C-A, kommt ursprünglich aus dem Amerikanischen und steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität, also Mehrdeutigkeit. Und genau das haben wir gerade. Wir sind in einer Situation, wo sich gefühlt minütlich alles immer ändert. Volatilität heißt ständiger Wandel. Wir können sicher sein, dass wir das, was wir heute Morgen hören, heute Abend schon wieder ganz anders hören werden. Zahlen ändern sich ständig. Neue Ergebnisse, neue wirtschaftliche Tendenzen tauchen jeden Tag auf. Also wir sind in einer Situation, die sich ständig ändert. Und das müssen wir irgendwie aushalten. Genau wie die unglaubliche Unsicherheit, die gerade herrscht. Unsicherheit im Sinne von VUCA heißt, ich weiß überhaupt nicht, wie eine Situation ausgeht. Und genau das haben wir jetzt auch. Wir haben keine Ahnung, wie viele Leute sich infizieren werden, was das mit unserer Wirtschaft macht. Wir können im Moment zusehen, wie die Aktienkurse immer mehr in den Keller gehen. Das ist mit großen, großen Ängsten verbunden, auch vielleicht bezüglich unserer eigenen Kapitalanlagen, unserer eigenen Altersvorsorge, aber natürlich auch unserer Gesundheit und bezüglich der Gesundheit der Menschen, die uns nahestehen. Wir sind in einem Zustand totaler Unsicherheit. Und das wiederum widerspricht einem unserer größten menschlichen Grundbedürfnisse, nämlich dem Bedürfnis nach Sicherheit. Wir wollen Sicherheit. Wir wollen uns sicher fühlen. Und genau das haben wir im Moment nicht. Und dementsprechend fangen dann manche Menschen an zu hamstern, um sich zumindest, wenn schon alles so unsicher ist, das Gefühl zu vermitteln, wir sind wenigstens gut versorgt, was jetzt Nudeln und Klopapier angeht. Da haben wir uns die Sicherheit geschaffen, die wir brauchen. Also Hamsterkäufe oder auch die Aggressivität, die mittlerweile manchmal untereinander herrscht, sind ganz klar Zeichen der unglaublichen Unsicherheit, die im Moment herrscht. Und ich finde das nicht gut. Ich halte auch Hamster nach wie vor für keine gute Lösung. Aber die Verunsicherung kann die Erklärung dafür sein, dass das passiert. So, das C bei VUCA für Komplexität. Wir sind in einer Situation, die ist unglaublich komplex. Wir haben so viele verschiedene Komponenten, die in Wechselwirkung miteinander treten. Wir wissen noch viel zu wenig über das Virus. Wir wissen nicht genau, wie äußert es sich, wie lange ist die Inkubationszeit. Ja, man sagt so zwischen vier und 14 Tagen, aber sicher ist das auch noch nicht. Wie lange hält sich das Virus auf Oberflächen und so weiter und so weiter. Es ist wahnsinnig komplex und vieles ist einfach noch vollkommen unklar. Und das A letztendlich für Ambiguität, Mehrdeutigkeit. Wir haben ganz viele unterschiedliche Interpretationen, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Perspektiven. Also ihr seht, die Situation ist so noch nie dagewesen. Und natürlich macht die ganz viel mit uns. Auch mit mir natürlich emotional. Ich finde es erst mal, ganz ungefiltert gesagt, total ätzend, dass ich nicht so raus kann, wie ich möchte, dass ich nicht tun kann, was ich möchte, dass ich den Frühling jetzt nicht genießen kann mit Freunden, dass ich nicht ins Fitnessstudio gehen kann, keine kulturellen Angebote im Moment wahrnehmen kann, dass ich meine Familie nicht sehen kann. Weder meine kleinen Neffen, noch meinen alten Großvater, dementsprechend auch nicht meine Eltern. Das finde ich alles erst mal ätzend. Und ich denke, so geht es euch auch. Ja, keiner schreit Hurra. Aber es ist natürlich nötig. Dazu kommen wir natürlich später noch. Ich bin traurig, dass es so ist. Ich bin manchmal auch wütend. Und auch ich habe Momente, wo ich merke, dass die Angst mich packt, dass ich mich frage, wie soll das überhaupt alles werden? Was wird mit meinen Kapitalanlagen? Was wird aus meiner Existenz? Wie lange bleibe ich in Kurzarbeit? Was macht das mit meiner Selbstständigkeit? Ja, die wichtigste Frage. Bleibe ich gesund? Bleibt meine Familie gesund? Bleiben meine Freunde gesund? Wie wird sich das alles entwickeln? Und diese Gefühle sind da und die sind vollkommen okay. Und es ist gut, wenn wir diesen Gefühlen Raum geben, wenn wir darüber reden, wenn wir die erst mal für uns annehmen und nicht verdrängen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, wir dürfen diesen Gefühlen keine Kontrolle übergeben. Denn wenn wir diesen Gefühlen, gerade zum Beispiel der Angst, jetzt die Kontrolle übergeben, dann passiert genau das, was nicht passieren darf. Dann fallen wir nämlich in archaische Muster. Wir gehen komplett in diesen Fight, Flight oder Freeze Modus. Das heißt, wir kämpfen entweder gegeneinander oder wir rennen weg oder wir stellen uns tot. Die beiden letzten Modelle, also Wegrennen und Totstellen, wäre im Moment gar nicht so tragisch, denn wir sollen ja sowieso Abstand halten und zu Hause bleiben. Aber viele verfallen eben in diesen Kampfmodus. Ob das jetzt um die letzte Rolle Klopapier ist oder einfach im Zuge einer großen Aggressivität untereinander. Aber genau das darf jetzt nicht passieren. Denn dann entsteht nämlich ein Gegeneinander und kein Miteinander. Und wenn wir jetzt in der Situation anfangen, gegeneinander zu arbeiten, gegeneinander zu kämpfen, uns Dinge wegzunehmen, anstatt Dinge zu teilen, dann haben wir wirklich das Worst-Case-Szenario. Denn wir können das jetzt nur gemeinsam wirklich durchstehen. Und da ist jetzt letztendlich die Frage, wie kann ich also konstruktiv den Fokus verschieben in eine positive Richtung? Und da sind mir drei Impulse eingefallen, die für euch vielleicht hilfreich sind. Also ich habe ja schon gesagt, ich finde es ganz ungefiltert gesagt, erst mal ätzend, dass ich jetzt so eingeschränkt bin. Und auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass sofort eine ganz große Dankbarkeit entstanden ist. Eine Dankbarkeit für all das, was ich sonst so vollkommen selbstverständlich nutzen kann. Wir leben in einem solchen Überfluss normalerweise. Wir können überall hingehen, wohin wir wollen. Wir können reisen, wohin wir wollen. Wir können immer die Menschen treffen, auf die wir gerade Lust haben. Wir können ganz selbstverständlich ein unglaublich großes, reichhaltiges, kulturelles Angebot benutzen. Wir können ins Theater, wir können ins Museum, wir können in die Oper, aufs Konzert. Wir können essen gehen, wann immer wir wollen und was wir wollen. Wir haben so viele Menschen, die uns wichtig sind, die wir immer sehen können. All das ist total selbstverständlich normalerweise. Und jetzt, wo das eingeschränkt ist, spüre ich eine ganz große Dankbarkeit für das, was ich normalerweise habe. Ich bin dankbar für all die Menschen, die ich jetzt physisch zumindest vermissen darf. Und gleichzeitig merke ich, dass wir auf die Distanz noch mal viel enger zusammenwachsen. Wir telefonieren viel mehr miteinander, wir schreiben, wir halten uns auf dem Laufenden. Ich spüre auch von anderen Menschen, die ich dann mal kontaktiere, um zu fragen, wie es geht, eine ganz große Dankbarkeit. Also wir sind einerseits physisch getrennt und zugleich habe ich das Gefühl, emotional aber viel näher beisammen. Und auch das ist eine große Dankbarkeit, die ich tatsächlich erfahre. Und vielleicht ist jetzt auch einfach mal die Zeit, all den Menschen wirklich zu sagen, wie wichtig sie mir sind und dass ich sie vermisse. Und dass ich mich einfach unglaublich freue, wenn wir uns wieder entspannt von Angesicht zu Angesicht auch wieder treffen können. Also mein Impuls Nummer eins, eine große Dankbarkeit für all das, was sonst möglich ist. Impuls Nummer zwei, und auch das ist manchmal leichter gesagt als getan. Wir können diese Situation nur konstruktiv nutzen, wenn wir sie erst mal akzeptieren. Diejenigen, die sich mit Resilienz schon beschäftigt haben, die wissen, Akzeptanz ist so das erste Resilienzkriterium. Resilienz bedeutet ja Krisenfestigkeit und stabil durch eine Krise gehen und auch aus ihr gestärkt hervorgehen. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Und um eine Situation positiv zu verwerten, muss ich sie erst mal annehmen. Ich denke, wir alle haben null Zweifel, dass Corona existiert. Und wie gesagt, vielleicht geht es euch auch so wie mir, dass ihr es grundsätzlich auch ätzend findet, was gerade los ist. Aber erst mal müssen wir die Situation wirklich annehmen als solche, wie sie ist. Und das ist einfach im Moment so, wir haben dieses Virus unter uns. Es wird sich ausbreiten. Es wird noch schlimmer werden. Wir werden vermutlich auch noch größere Einschränkungen kriegen. Also ich habe Freunde in Spanien und Rom und denen geht es ja schon ganz anders als uns. Die sind wirklich nur zu Hause und das wird vermutlich, meine persönliche Meinung, bei uns auch kommen. Also zweiter Punkt, erst mal annehmen, was ist. Und keine Energie mehr verschwenden, jetzt so wütend zu sein oder zu hadern oder noch schlimmer, das alles zu ignorieren oder sich schönzureden. Nein, es ist jetzt so, wie es ist. Und die Frage ist, wie machen wir das Beste draus? Und wenn ich das jetzt mal so ein bisschen umdrehe, ich erlebe viele Leute, die jetzt wirklich auch sagen, wow, ich habe jetzt auf einmal so viel Zeit. Und ganz ehrlich, Zeit ist doch das, was wir uns eigentlich sonst immer am allermeisten wünschen. Wie oft sagen wir, ach, ich würde ja mal mein Englisch wieder auffrischen, wenn ich denn die Zeit hätte. Ich würde so gerne mal meinen Garten umgraben, wenn ich denn die Zeit hätte. Ich würde so gerne dieses oder jenes lernen, wenn ich jetzt endlich mal Zeit hätte. Und vielleicht geht es euch so wie mir, dass ihr jetzt mehr Zeit habt. Warum diese Zeit nicht konstruktiv endlich mal für euch nutzen? Wir haben so viele Angebote dazu zu lernen. Es gibt so viele unglaublich gute Online-Kurse. Es gibt so viele tolle Bücher. Wir haben jetzt die Möglichkeit, aus der Zeit wirklich was Kreatives zu machen, uns weiterzuentwickeln. Uns vielleicht gerade jetzt das Wissen anzueignen, was wir schon lange haben wollten, was wir aber immer auf die lange Bank geschoben haben. Warum nicht die Zeit jetzt nutzen, um wirklich persönlich zu wachsen und uns weiterzuentwickeln im positiven Sinne? Ich merke, dass eine ganz große Kreativität im Moment herrscht, gerade was so die Digitalisierung von Angeboten angeht. Künstler stellen digital ihre Konzerte zur Verfügung. Ganz viele Trainer, ich auch unter anderem, digitalisieren ihr Angebot und sagen, hey, wir machen unsere Coachings digital. Wir haben Präsenztrainings digitalisiert. Wir tun wirklich alles, um unsere Klienten gut zu versorgen. Und auch das ist ein schönes Gefühl, da wirklich Hand in Hand, und das ist jetzt natürlich metaphorisch gemeint, Hand in Hand zu arbeiten und aus der Krise wirklich was Neues zu schaffen. Also Impuls Nummer zwei, die Situation akzeptieren und was Gutes daraus entwickeln. So, mein Impuls Nummer drei. Corona schreit uns förmlich an, zu beweisen, dass wir eine Solidargemeinschaft sind, die diesen Namen auch verdient, anstatt einer Horde kopfloser Egoisten, die sich wirklich um das letzte Paket Nudeln kloppen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Können wir zeigen, dass wir füreinander einstehen, uns umeinander kümmern und aufeinander aufpassen? Denn genau dafür sind ja diese Einschränkungen letztendlich gemacht. Es geht ja nicht darum, dass ich, weil ich mich selber noch für relativ jung und gesund halte, sage, ach, selbst wenn ich es kriege, mich wird es ja nicht so stark treffen. Warum soll ich mich dann überhaupt einschränken? Genau darum geht es ja nicht. Es geht nicht um die jungen, gesunden, starken Leute. Es geht um die Leute, die schwächer sind, die älter sind, die vielleicht Vorerkrankungen haben und um die wir uns jetzt kümmern sollen, indem wir auf uns aufpassen, damit wir nicht Überträger dieses Virus werden. Genau darum geht es. Und wir haben jetzt die Möglichkeit zu beweisen, sind wir Egoisten, die nur auf uns selber achten und gar nicht einsehen, warum wir uns einschränken sollen, oder schränken wir uns ein und befolgen wir die Anweisungen, um die Gemeinschaft und besonders die Schwächeren unter uns zu beschützen. Das heißt, wir können jetzt wirklich beweisen, sind wir eine Solidargemeinschaft oder nicht. Und das ist eine ganz, ganz wertvolle Chance. Und es gibt so viel, was wir gerade füreinander tun können, auch wenn wir uns nicht direkt sehen. Wir können zum Beispiel, wenn wir einkaufen gehen müssen oder zur Apotheke gehen müssen, unsere Nachbarn fragen per SMS dann natürlich nicht direkt, brauchst du was, kann ich dir was mitbringen, kann ich dir was vor die Tür legen? Wir können uns umeinander kümmern, auch wenn wir nicht physisch uns gegenüberstehen. Wenn ich zum Beispiel schon sechs Kilometer zu Hause habe, warum backe ich nicht aus einem Kilo Mehl einen großen Kuchen und stelle jedem Nachbarn ein Stück vor die Tür? Es beginnt wirklich mit so Kleinigkeiten, die einfach zeigen, auch wenn wir uns nicht sehen, wir sind füreinander da und gemeinsam schaffen wir das und wir bilden eine Gemeinschaft, die sich umeinander kümmert. Und dass so unschön die Umstände sind, finde ich, ist ein schönes Gefühl, wirklich zu zeigen, wir geben uns gegenseitig etwas, anstatt dass jeder Einzelne nur etwas nimmt. Genau jetzt ist die Zeit, zusammenzuwachsen, aufeinander aufzupassen, anstatt gegeneinander zu arbeiten und nur auf sich zu gucken. Und wenn das gelingt, dann, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dann werden wir aus Corona einen ganz großen, bleibenden menschlichen und gesellschaftlichen Mehrwert ziehen können. Und wenn ihr Ideen habt, was man noch tun kann füreinander, wenn ihr vielleicht schon Erfahrungen gemacht habt, die ihr gerne teilen möchtet, wenn ihr Tipps habt, wie wir das noch besser bewältigen, beziehungsweise dieses sich umeinander kümmern, noch intensivieren können, dann wäre ich euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr eure Ideen einfach hier unter diesem Beitrag schreibt. Den werde ich dann auch wieder posten und dann würde ich mich freuen, wenn wir auf diese Art und Weise wirklich in kreativen Kontakt treten und schauen, wie können wir diese Chance zu beweisen, dass wir füreinander einstehen, immer besser und besser nutzen. Was können wir konkret tun, um füreinander da zu sein und das gemeinsam zu schaffen? So, das waren meine Ideen jetzt, ganz spontan aus der Hüfte heraus, einfach mal aufgenommen. Ich wiederhole es gerade nochmal. Also Impuls, Dankbarkeit für all das, was wir jetzt noch haben und für das, was wir auch wieder haben werden. Die ganzen Menschen, die uns wichtig sind, alle Freizeitaktivitäten, die wir gerne tun und natürlich auch unsere Gesundheit. Impuls zwei, die Situation, so wie sie ist, jetzt akzeptieren und annehmen und dann wirklich kreativ und konstruktiv nutzen, nicht nur für mich selber, sondern auch für andere. Und als letzter Impuls Nummer drei, jetzt wirklich zu beweisen, dass wir füreinander da sind, dass wir füreinander einstehen, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern dass wir uns umeinander kümmern und eine Gesellschaft sind, die füreinander da ist. Und vor allen Dingen gerade jetzt sich um die Schwächeren unter uns kümmert und dafür sorgt, dass die nicht krank werden. Ja, das war's für heute. Und jetzt wünsche ich euch natürlich, dass ihr alle, alle gesund bleibt. Ich wünsche euch alles Gute und ich freue mich auf eure Ideen. Bis bald. bet Drake said sie Untertitelung des ZDF, 2020